Guten Morgen, heute ist der 1. Dezember und ich habe mir gedacht, dass ich Vlogmas mache. Das heißt, jetzt kommt jeden Tag bis zum 24. Dezember, auch mein Geburtstag, ein Video, also ein Vlog. Ich werde es mal gucken, vielleicht werde ich mit anderen Videos so ein bisschen mischen, aber es werden hauptsächlich Vlogs sein, weil ich für die anderen Videos nicht so die Zeit habe zum Filmen. So, jetzt werde ich mal mein erstes Türchen aufmachen vom Adventskalender. Und zwar hat mir meine Schwester so einen Adventskalender gebastelt, sehr süß. Und hier ist das, nee, hier ist das erste Türchen, das werde ich mal abschneiden. Und das hier war drin so ein Bimbschwamm von Rossmann, um einfach die Hornhaut zu entfernen. Aber ich glaube, Härtegrad 1 ist ein bisschen wenig für mich. Nein, Spaß. Dankeschön für dieses Zollegschenk, Schwesterlein. So, ich habe mich jetzt fertig angezogen, so ein bisschen Schminke drauf und mache mich jetzt mal auf den Weg zur Arbeit. Heute muss ich bis 8 Uhr arbeiten. Und heute trage ich mal diese Ohrringe hier, die habe ich schon lange nicht mehr getragen. Und dann habe ich noch meinen Schal, der ist von Primark und dann noch meinen Mantel von Hound M. Ich bin jetzt schon zu Hause und Carlos hat mal wieder gekocht, ne? Vor jedem Tag. Das stimmt nicht. Ich koche auch ab und zu. Du bist auch kocht, du musst kochen. Du musst es ja üben, sonst verlernst du das. Ja, also, nicht mal hier, sondern wir kochen. Jetzt essen wir, was ist das Kürbisragout? Mit Reis. Ich bin jetzt Vegetarier, ne? Ja, was auch immer. Das heißt, ich esse kein Fleisch mehr? Ja, ich glaube, die Leute wissen, das ist Vegetarier. Aber Fisch, ich esse aber trotzdem Fisch ab und zu. Ja. Ist das trotzdem Vegetarier? Ne, das ist dann wie? Hat doch so einen extra Namen. Weil das ist widerlich. Ja, das heißt dann Vegetarier mit Ausnahme auf Fisch. Weil das ist widerlich. Du findest Fleisch essen geil? Ja. Ihhh, du bist ewig. Ja, gut. So, wir essen jetzt Eis. Sehr gerne. Es ist Banan, ne? Mhm. Und gucken, sie ist ein noch. Und gucken, sie ist ein noch.